San Diego Airport San Diego Airport Hier geht die Reise nach Vancouver los Es arbos Es um 10 a.m. an Thursday Es Mandecko Das ist zu Beginn NEG Das ist fremd Manatär für dich für dich zu sein Dann 3 p.m. Es ist auf dieses Level Ihr Pos und Schuhe Es ist in Pavilion C In Please do Not Weay White Es ist ja Es ist nicht ganz auf einem TV- Es ist also bei Weyans Und es ist auf der Welt Wie ist das? Was your name, Star? Because it's not hair. Cancens. I know, but it didn't mean hair because it wasn't in hair. Oh, you can't put it on the bottom? This is hot. I just got to text you guys, being thanks for the sparsity again. I'm inviting you guys to follow me. Huh? Last fight I went to school, I came to San Diego to train with professional fighters, with professional coaches to train everything, starting from Jiu-Jitsu, Wrestling, and Stand-Up. I feel I'm well-rounded too, so I'm sure it will be a great fight. Now, he said that he doesn't believe that you're sneaky enough to catch him in a submission. Are you sneaky enough to catch him with a submission, this angle to the ground? Yeah, I think yes. I think yes. I would try to keep the top control, to punch him a little bit. Maybe I will see a hole and have the chance to submit him. Last time with your first fight in the UFC, you didn't disguise your shots really well. Paul Taylor really seemed like you knew when they were coming. What have you done this time around to make sure that you can get this fight to the ground? I tried a lot of on my wrestling. You know, last time I was a part-time fighter. I had the chance to fight in the UFC. I took the challenge, but now I'm a real professional fighter. You will see Peter Sobota 2.0, another version. Alright. Alright. Das war's für heute. One minute left. So Peter, welchen Tag haben wir heute? Mittwochabend. Und was hast du heute so angestellt? Erzähl uns mal. Ich bin gerade mit dem Workout fertig. Ich bin schon beim Food Food. 1 Liter destilliertes Wasser. Gewicht ist gut, 178 ft. Ich brich noch 3 kg runter. Das ist in seinem Kopf. Das Wasser ist gut. Er denkt nur, dass es das gemacht wird. Wir sind hier mit Jaco, mit dem Cornerman. Und ja, noch zwei Tage dann ist wiegen. Drei Tage bis der Kampf ist. Die Warterei kotzt richtig an. Aber wir versuchen uns die Zeit zurück zu klagen. Wir sehen uns. Alles gut. Tretop adventure. Jetzt kommt ein bisschen weiter. Das ist ja gut. Jetzt kommt die Fahrzeuge. Jetzt bin ich durch. Jetzt bin ich durch. Jetzt bin ich bei der Freizeitag. Das ist 3. Hallo, was gehts? Du sagst, du bist 2. Achso, ich glaube, es ist 3 hier. Ich glaube, es ist okay. Und es ist okay. Und es ist okay. So, Peter, was machen wir jetzt? Jetzt geht's los. Ich liebe es. Ich liebe es. Danke. Ich freue Review. And look down at your feet. Slowly look up at the camera, Like- And go. Now turn towards the wall to your right. So Jungs und Mädels, heute ist Support aus Deutschland angekommen und wer jetzt kein Tag ist, mein guter Freund ist gekommen um mich zu unterstützen für den Kampf. Alles für Peter. Wir chillen jetzt noch ein bisschen. Morgen ist Weight Cutting angesagt. Wiegen, essen und dann geht's runter. Bis morgen. Ich liebe meine Mama. Ich liebe meine Mama. Ich habe einen schönen Tag, weil meine lifestyle sind, wie es ist. Und in der Lost-Away-Fonition, Peter Sabana vs. James Lightning-Wilf First up on the scale, Peter Sabana vs. James Lightning-Wilf First up on the scale, Peter Sabana vs. Honeyquil Lauf 70 für Mr. Wiltz! Peter Sabana und James Wiltz, ladies and gentlemen!